ein was mit dem Traum den Schild Traum wir auch schon sagt das das ist das er auch genutzt drückst du weiter ist der Eingang zum Neumonisch 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 Warum warst du überhaupt auf der Warum warst du überhaupt auf die schwarze Seite? Junge Junge Nein, ich habe nach jemandem gesucht Machst du das meist nicht auf Google? Oder so in real life Ich kannte nur den Bildschirm Der Name der Person Und ich habe gehört, dass sie die schwarze Seite besucht Oh nein Ich wollte mich entschuldigen, aber eine 10 Minuten war der Bildschirm Name Was ist mit dir, Makoto? Makoto Hi Mit mir mein Freund ist gestorben Weil er ein Geheimnis lüften wollte Und seine Forschung führte ihn zu die Schwarze Seite Und jetzt bin ich hier Not Doch, er ist da Aber ich war noch nicht hier, als ich aufwachte Not Doch, erzähl auf mit dem Not Was meinst du damit? Not Jetzt Hier ist es in dieser Schule noch andere Orte Gatlinggeschütze Kriegsab Der Der hier im Omnyomnyom Abgrund Gibt es viele Orte wie diese Schule Ich glaube der Omnyomnyom Abgrund besteht aus den Erinnerungen der Leute, die hineingezogen werden Die Orte sind nicht direkt miteinander verbunden Darum kann man nicht so einfach Flüchten Zwischen wechseln, hab ich gesagt Aber es gibt Mittel und Wege Na und verwende das hier Das Telefon Mal sorgen Das Ich weiß es nicht Aber du behältst auch Anrufe von Geistern, oder? Außer für die Stämmen der Geister kannst du dein Telefon auch für den Transport an einem anderen Ort nutzen Das ist Unglaublich Nicht wahr Aber es eben ein Grund funktioniert Matrix Wieso? Matrix funktioniert es auch durch die Telefone Wenn sie in der Matrix sind und wieder raus wollen Sie müssen sie an den Telefon gehen Und wechseln sie Durch die Telefonleitung Ich habe das getan Ich habe das getan Vermut' ich Können wir dann mit dieser Methode auch zurück in die Real Willst du damit sagen, dass wir rauskommen? Nein! Not! Not! Irgendwie sind wir hierher gekommen, als muss ein Weg rausgeben Ja, den ist Jenseits All dem in ein eigenes Nummer gewillt habe ist nichts geschehen Keine Verbindung Aber wir dürfen die hoffen nicht draufgeben, sonst werden die auch zu Geistern Wir sollten uns genommen austauschen, wenn die Telefone nicht zum Transport kommen und hierher nutzen können Wir trotzdem kommunizieren Wir müssen weiter machen Es muss eine Nummer geben, die uns aus diesem Ort befeilt So kriegt der Typ Nummern von Mädchen Ja, das ist Ein bisschen schräg, oder? Aber es funktioniert Nur um sie anzugraben Es funktioniert Er hat halt die Nummer von ihr Aber ich glaube, sie ist irgendwo in einer Scheiß-Zwischenwelt Er hat sie in ihrem Porno in seinem Pornokeller gelagert Was ist bei dir Makoto? Makoto 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 Shirei 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 Shire Makoto Panisch hier Panisch hier Ich habe auch nie immer was zur Lied Einser An bestimmten Orten hört man ab und zu ein Klingelsignal Es gefällt mir nicht Shirei Ich geh es rum Danke Für uns die Aufnahmefunktion des Telefons um die Geräusche aufzunehmen Du wirst das Flüsse der Geiste hören Wollen wir das? Neee Aber werden wir müssen Lade Bildschirm Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo... caut-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo W-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo Was ist sie für daddy? Is sie für Whitel? W-what die Messt? W-what die EGHSSS? H-IIIIIIIIIIEX Ich muss gehen nicht Ich contactiere mich wenn es etwas gibt Bis später Jetzt haben sie wieder genug Geldf für den silencironics verdammt das ist jetzt wieder alleine Scheiße, oder? Scheiße! Schlampe! Fetten Arsch und BAM BAM! Ja, jetzt zitieren wir wieder mal der True Blackie Was? Ja? Der True Blackie? Ja, der Typ, der das synchronisiert hat Durstmarke... 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 Hey, warte mal! Ich glaube, das war so einer, die wir aufgeschrieben haben, oder? 9, 7, 6, 5, 7, 2 Ja, okay, so die zweite, die wir aufgeschrieben haben Wo ich sie ruf mal Probieren wir die einen nochmal? Oder wollen wir das vorher noch ein wenig umsehen? Und jetzt können wir die nur wirklich probieren Wie geht der? 997 99 98 684 684 7, 7, 7, 1 87 69 7, 1 9 9 Ne, hier geht gar nichts Ok, scheiß drauf Was man schreibt ihn mal kurz noch dazu Hallo Ich mach's noch mal Das ist einfach... Ja komm hier hebt keiner ab Hallo 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 aber vielleicht muss man es auch nicht machen vielleicht wie die Strich Kizu Kune ist Co Nein Brains Was ist das? Was ist wacke? Das ist wacke Nein, wacke ist nicht Wacke ist nichts nichts Entfern 바라 To eine organisation Jeden Ich hab so manchmal Angst, mich zur Tür umdrehen Geschwister so sein zu empfehlen Lärmlich durch die Erfolge aussehen auch schon hier ja die Aussie ist ein einiger Jahr toll 4 Wat? Wat? Du lögst Liar! Liar! Nur dieses Kind ich habe sie belohnen Ahah! Fell! Fell! Du hast Fell gesagt! Du bist so blöde! Du bist so blöde Dreck! Alter! Das muss nicht sein! Ja! Ah! Alter! Alter! Oh! 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 Ich hause diese Spiegel! Ba 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 Io... Is sie jetzt runter oder sie runter? Ist sie runter? Ja die ist runter, sicher runter, weil wir... Ja die sind runter. Wir waren schon oben. Miao! Ich glaube irgendwie nicht, dass der Katze zu trauen ist! Nein! Oh! Fuck! Ich hause diese kleine Krell! Ich hause dieses Spiegel! Oh, ich hause das Spiegel aber cool! er geht es ist ich muss so meine Form zu fahren dieses Weichheit für zu gehen Mara Moira und Sachse die Katzen mit direkt ins Verlernen die sich wünscht und die Wien und Bochdamm und Muster mir gefällt es doch gar nicht ja hier waren hier waren wir schon oh Gott wir hören es nicht also da gibt es sich irgendwo ein Flüstern ich will ihn nicht hören das war relativ ruhig so ein Klingelzeichen ich will so mitsi 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 müssen wir doch schreiben Fenster ich wollte schon mal die und was auch ein ja auch machen und da unterziehen ja es ist ich genau gar nix wo und auch am so ganz kennengelernt schweig speichern woher der schädelischen die künziger nicht so dass es ist was wir vorher auch schon mal gesehen der Welt lieflich das ist es ist ja und ziehen kommt dann mit sich um 14 und 2 90.000 die haben das wäre eine tausende relativ lange Zeitspanne es könnte sogar sieben Minuten sind noch nicht die E-Mail-Aberfläche hey 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 wir müssen es hören, es ist ungut, es ist unangenehm zu sagen. Aber ich schätze, wir müssen es überpassen. Äh, 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 Realismus, Physik, wer macht die Tür zu? Äh, wir sind in der Geisterwelt. In der Matrix. Ja, wir sind in der Matrix. Ja, von da sind wir gekommen, da wollen wir nicht wieder hin. Von wo aus einmal? Ne, von da hin, in die andere Richtung sind wir gekommen. Wir müssen wieder da hinlaufen, wo du gerade hergekommen bist. Da ist rechts. Da ist rechts. Rechts, da rein. Ja. Wohne jetzt? Ja, einfach den Weg nach. Ich hab keine Ahnung. Du musst auf die Mietzie sein. Die Wii lädt wie blöd, da muss immer was sein. Mietzie. Komm mal rein, nein. Mietzie, komm mal rein, nein. Warte, komm mal rein. Nein. Und da. Du musst doch immer was sein. Nicht schon wieder. Was? Was? Suchen. Egal, das ist ja, ob sie glauben müssen wir gar nicht, nicht schon, wozu eine Karte. Ähm. Das muss uns immer noch waren wir schon, schuldig. Und zurück. Alter, was ist die Tür? Alter, was ist mit der Wii? Spend die komplett. Ja, die dreht, die dreht. Die dreht. Die dreht, die lädt. Sie sind mir jetzt direkt davor. Also, ist das nicht die Tür, der aufgangen ist? Ja, jetzt geht's ja. Ist das überhaupt dein Ort, jeder? Ja. Krankenzimmer. Ja. Ja. Ich hab jetzt nicht umgedreht. Ich hab nichts gedrückt. Verarsch mich nicht, Junge. Ich hab nichts gedrückt. Okay. Hausmeister Kraute. Ich hab nichts gedrückt. Das muss ein Traum sein. Das muss ein Traum sein. Das muss ein Traum sein. Ein drückende Manier. Ich bin verfolgt. Aha, kam das Mädchen, da wird er wieder aggressiv und stark und mächtig. Ja, männlich. Mächtig. Ja, glaub daran, glaub ruhig daran. Das will ja nicht so sein. Hab dich. Nein, nein. Okay, doch. Ich glaube, das ist seine Nummer. Die andere Nummer ist, glaube ich, seine. Was ist los? Und weg ist er, jetzt ist er weg. Was, Shin? Was, Shin? Hier ist niemand. Das ist für den Transport. Was? Word? Okay, was hat er gerade gemacht? Der hat einen Umhang gegeben. Der Tal. Den jemanden oder das. Der Tal, das man bitte von erhalten. Ne, schau mal ins Menü. Und dann geht es. Nix-Karte. Jetzt. Schön. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Die steht drauf. Nee. Soll ich sie aufschreiben? Stift. durch schreibt sie sich auf die denn noch mal so wenn man sie ihm macht 6 2 von 4 2 die Striche war jetzt zu ihr Bescheid dann ist es gut gut ich meine wieso man das eigene Telefonanrufen sollte verstehe ich nicht ganz aber hey wir haben die Nummer nein ich will da nicht draus, ich will da nicht draus ich will da nicht draus das tut so das muss weh tun und er hat mich zu den Verstorbenmädchen befragt ja die drei waren nach dem Film Besonderheit war mit dem Film das sind übrigens die drei Mob-Mob-Kinder da glaube ich die drei Mob-Mädchen die alle Momen ja das ist etwas mit dem Chat zu tun hat das wissen wir inzwischen fail 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 spritze wir sind nicht heroin-abhängig wir brauchen sowas nicht Na, raus. Junge, raus mit... Nein. Komm, mach. Hallo? Warte, 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 warte. Au. Ja, das ist ein bisschen zu laut. Nee, das ist zu laut. Er war im Schwesternzimmer, aber er telefonierte und verschwand. Wo? Was ist mit dir, Makoto? Ich muss noch einige Dinge überprüfen. Wenn du dich transportierst, bleibt dein Mobiltelefon zurück, sodass ich dich vielleicht nicht kontaktieren kann. Viel Glück. Das heißt, dass ich mich selber tun muss. Ja, nur wie, welche Nummer wohin? Nummer 4. Die, die noch zu keiner Nummer, von der wir noch keinen Namen haben, oder? Probier uns mal aus 9907, 684, 771. Wir haben es schon nehmals ausprobiert, aber vielleicht geht es ja jetzt. Ja, gut, lass es. Lass es. Es wird können Sinn. Arme nur, wenn es ist, es gibt, genau. Ich kann mir in eine Mobilbox. Ja, Mann. Kaltwitzig. Dritter Stock. Oder zweiter? Oder zweiter, dritter. Also nicht. Rauf, 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 rauf. Die Wii-Lead ist nie ein gutes Zeichen. Wow, warum hat die... Wir könnten mal speichern. Das ist ne gute Idee. Danke, Yasmin, was du mit dir das gesagt hast. Viel Spaß mit der Wii-Fernbedienung. Viel Spaß mit der Wii-Fernbedienung. Halt. Boah, ich hasse nicht. Ah. Nein. Nein. Ja, natürlich, Specherbildschirm verlassen. Achso, ja. Danke. Okay, lieb verlä. Das ist... Vielen Dank.